ja schönen guten morgen freunde hallo lang nichts mehr von mir gehört ja das liegt daran dass ich vor circa drei monaten zum zweiten mal papa geworden bin und da habe ich erst mal andere verpflichtung ja jetzt habe ich mir mal die zeit genommen und wollte mal für ein paar stunden angeln gehen habe auch nur das nötigste dabei und wird gleich noch mal schön füttern ja dann schauen wir mal wir haben ja die letzten drei vier tage über 35 grad gehabt mal schauen wie sich das auf die auf die fische ausgewirkt hat und dann müssen wir mal schauen ich erst mal gleich mal toll ich bin gleich am see und gut wird schon alles gut gehen zusammen 6 uhr und ich angel ungefähr so bis um eins und dann schauen wir mal ja werde ich mich dann gleich noch mal bis gleich ciao endlich alles aufgebaut die guten liegen auf platz gefüttert habe ich auch schon ein paar boileys ein paar tigernüsse ein bisschen groundbait ja wie ihr seht müsste man sich hier um die ecke fissen fischen da ist ein baum ins wasser gefallen schon seit langem und da halten sich die fische immer auf ja soll die bremse ein bisschen bisschen mehr zu machen dass sie da nicht rein schwimmen muss schnell an der route sein und ja bin guter dinge dass was geht ich melde mich dann soweit was auf der matte liegt ja also bis dann ciao und 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 14,3 Kilo, endlich mal ein Schuppi, boah, der hat ganz schön Dampf gehabt, der Kerl, geil. Ja, die Roten waren jetzt ungefähr eineinhalb Stunden drin, ja, perfekt. Schönen, schönen Tier. Mach mal jetzt. So, ich wollte euch ja nochmal zeigen, welchen Fütter ich den Fisch gefangen habe. Das ist hier Double Trick Boily Rafters in Geschmacksrichtung Ace Lobwurm. Ja, habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert, habe gleich Erfolg gehabt. So habe ich gefischt, ich mach es mal scharf. Und dazu benutze ich noch von SPS Grip Tip Hooks, das sind sauscharf die Dinger. Und, äh, ja, ich muss mal ein bisschen scharf machen. Ja, na, so sehen die aus. Boah, was ein Biest hier. Boah, also ich kann nicht mehr. Ich würde da haben, zwei Kilo. Boah, heute ist irgendwie Schuppietag. Freut mich, sieht schön aus. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Ah, mein Freund war Spaß. So, hier bin ich nochmal, ja, jetzt geht's nach Hause, die Trolli ist gepackt, zwei Fische konnte ich fangen, einen großen Schuppi und einen kleinen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis demnächst mal. Alles Gute. Ciao.